hallo und herzlich willkommen zu auf die richtige tür nein oder weiß nicht egal auf der seite so glaube ich oder auch nicht verdammt da also müssen wir das hier muss ausgetauscht werden gegen quatsch wir haben hier keine wirklich aber nur die tasche höher papa papa wo 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 die rufen könnte noch mal hier weg die brauchen wir ja auch nicht mehr sagt sagt dass noch kohle hier haben wir papier bücher und lapis hier wohl sehen werden wir nicht weit mit kommen 26 könnte vielleicht mit viel glück eventuell könnte passen muss muss auf wo es auf wo es auf das auf okay dann mal eine herrreden im schwert das sind die falsch rum genau ich war jetzt gerade am verdammt nicht runterfallen überlegen wie rum sie denn sein müssen kommen wir mal in tasche genau wieso müssen sie denn so rum müssen sie ja ich bin mir ziemlich sicher das hat man schon mal berichtet habe ich das da wieder falsch gemacht oder hatte ich welche vergessen oder oder was war da passiert ich habe keine ahnung hier auch nicht mehr hier ist richtig hoch hier auch richtig hier ist nicht richtig okay also entweder habe ich beim berichtigen scheiße gemacht oder ich habe nicht alle richtig oder ich habe keine ahnung also das muss ja auch weg ja fall da runter und ich glaube die setzen und die fackeln da in die ecke dann sieht man sie nicht so wobei ich hier noch bücherregale ja eigentlich gedacht hatte also welche wo man wirklich buch buch wirklich bücher reinstellen kann dann ist das licht eh wieder weg aber da war die jetzt nicht dabei haben können wir das jetzt ruhig so machen alter im haus versehen die treppe hoch geht die die leiter hoch geht man nur so die weg und den weg und nicht runterfall ja so wer dann auch erledigt nur bei gelegenheit noch einen ambos hier hin oder hier eine kiste mit ersatz ambos oder weiß der geier und regale hier rein und dann ist das soweit so ja hier haben wir jetzt nicht jetzt auf keinen fall genug quatsch für aber dann bin ich echt auch noch überlegen man von unten fällt ja nicht auf und wir hatten glaube ich auch gesagt dass es nicht ganz so glatt es ist sogar ganz gut aber hier drin fällt ja schon auf auf jeden fall die fackeln hier oben drauf noch gegen kerzen oder kerzen ständer austauschen das gleiche bei der treppe nach oben hier ist schon verdammt behängen muss man sagen und dann wert hat und hier wird man irre wenn man hier runter läuft die frei schweben machen da könnte man runter hier glatt runter springen obwohl ich nicht weiß mit meinen schuhen ist es ja egal aber mit normalen schuhen könnte man da einen fall schaden kriegen ich weiß es nicht ja was soll das denn da schubst du mich einfach die wort mir bestimmt zeigen dass hier dass hier so ein bisschen schick ist ach das ist die explosion hier waren wir doch gesprengt worden alter es ist hell du dumme kuh es gibt ja gar nicht der sieht auch ein bisschen kastriert aus aber war jetzt keine blätter für und der auch was ist auch so ein scheiß ja hoffentlich denke ich dran wenn wir noch mal hingehen sondern die den explosions schaden den kann man ja an und für sich ruhig lassen der eine blog sieht jetzt ein bisschen komisch aus dem ich eingesetzt habe der ist nicht so schick der da aber 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 verdammt ja ansonsten lassen wir die explosions schaden so da wolle deswegen war ich hier noch rumgelaufen muss ja irgendwo noch eine liegen obwohl wolle ist nicht müssen wir jetzt nicht unbedingt nur ist nicht so wichtig wir könnten auch wieder ein blatt hin machen eventuell wenn was denn hätten haben wir nicht hoch alter ich würde jetzt sagen wenn man es nicht gewusst hätte wäre das wahrscheinlich nie aufgefallen aber so sieht schon besser aus oder und das da oben ich kenne mich irgendwann tauscht da noch aus da bin ich mir ziemlich sicher aber nicht jetzt nein nein ist das hier ein durchgang ja dann ist der durchgang hallo sklead na du hast mich sogar gesehen du du benutzt und du triffst mich auch noch das gibt es ja wohl nicht ich lasse ich mal obwohl du hast feile du hast feile mein freund ich habe nicht mehr so viele gibt sie mir danke hallo entlein so wäre dann auch erledigt laut karte ist larion zu hause das ist aber schön so dann räumen wir mal den rest weg und dann dann wäre das wie gesagt erledigt da rein dass das dass das dann auch knochen auch alter schwelle holzkohle ja komm haben wir glaube ich gar keine hier ist egal euch noch dabei und wie sieht das hier aus schon 500 verblasen oder nicht falsch oder passt doch sehr schön und hier sind jetzt drin wow 329 da waren 32 oder sowas drin und dann dürfte es für heute auch erledigt sein wahrscheinlich so da sind die oka katz wo haben wir das quats das haben wir hier irgendwo hallo klaus hier zack quats blöcke hatte ich nicht noch einen pillar übrig weil der wäre ja auch nirgendwo der müsste dann darüber oder so ich habe keine ahnung es wird und ach scheiße geht es ja nicht raus ich will das aber noch schnell 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 und du kriegst da wo du bist nicht dass du mir wenn ich wiederkomme vor der tür stehst oder so oder mich von hinten anfällst oder weiß der geier man weiß hat ja nie bei diesen drecksäcken ab ach das ist ein sapling ich hätte jetzt für moment gedacht der ständen creeper darunter ist noch ein block deswegen lasse ich stehen okay und schnell wieder zurück dann haben wir es geschafft und dann wie gesagt überlege ich mir ne hoffe ich doch boah was denn hier los gleich drei der eine verfolgt mich und nein der verfolgt mich ich bin aber schneller haha ich glaube ich bin so schnell dass er gar nicht gerafft hat wo ich hin will so zack zack passen nicht alle ja dann halt nicht ne so dich wieder dahin und was was war das man weiß es nicht aber wie gesagt dann überlege ich mir ob wir morgen main gehen oder nicht mal gucken gute nacht bis morgen hin denn gun 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 g g Vielen Dank.